Ja, Mierl, das war jetzt verzwickt, Mierl, das war jetzt verzwickt für den Mierl. Aber Mierl, ich habe eine Frage. Welche Antwort ist richtig, Mierl? Alle guten Dinge, seien das eins, seien das gar zwei, seien das am Ende drei, oder Mierl, seien das keine, das heißt nicht, das ist wie verhext. So heißt es, mit meiner Renate, so ist es gegangen, so. Es ist so irgendwo in meinem Kopf und ich komme hin, ich sage, zum Hohrausreißen ist ja Mierl. Da tun wir uns nicht die Hohrausreißen, der Mierl will sich die Hohrausreißen. Dabei hat er so eine charmante Begleitung mit, die trug so festes Hand, die Frau Mama. Ah, das ist die Frau Gemahle, Mierl. Herr Asinger, Herr Asinger ist ja so eine Anis, das ist ja genau mit einer Achillesding, das ist ja die mathematische Frage 1, 1, 2, Asinger, sie ist ja Mierl. Mierl, wir haben einen Sierrechtsmechanismus. Mierl, wir haben einen Toker. Der Mierl hat er Tokerle. Der Mierl hat er, Mierl. Der Mierl hat er, Frau Gemahle. Ja, Herr Asinger ist ja so eine Ehe, der ist ja so eine Anis, die Mierl. Mierl hat er, Frau Gemahle hat er, dass Sie so eine Anis. Ja, ja, ja. Es gibt wenig Grund im Leben meines Mannes zu weinen, aber Ihre Sendung, die ist einer. Ich meine, es geht ja wirklich, es sind ja einfach die Nerven. Ja, mir, da tun wir nicht die Nerven verlieren, da mir nicht die Nerven verlieren. Aber mir, ich sag dir jetzt eines, wir zwei, wir kommen jetzt zu einem Punkt, jetzt kommen wir dann mehr oder nicht, wir kommen jetzt zu einem Punkt, Herr Hasinger. Jetzt bin ich mir ganz, ganz sicher, Herr Hasinger, das ist der richtige Antwort, es ist A, alle guten Dinge sind eins.